Modelltest 2 Hören Teil 1 Sie hören nun fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie zehn Sekunden Zeit. Sie hören die Verkehrsnachrichten im Radio. Und hier noch die aktuelle Verkehrsübersicht zur vollen Stunde. Eine gute Nachricht für alle, die auf dem Nachhauseweg sind. Freie Fahrt auf den meisten Autobahnen. Nur auf der A3 zwischen Hürth und Köln-Neustadt drei Kilometer stockender Verkehr. A22 zwischen Ahrtal und Rheinhausen, zwei Kilometer Stau wegen eines Unfalls. Und noch eine Eilmeldung. Achtung, auf der A14 Höhe Neuwied liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Lesen Sie nun die Aufgaben 1 und 2. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Guten Tag, Frau Weber. Mein Name ist Schad von der Almedia. Sie haben bei uns das Komplettpaket aus Festnetz, Internet und Fernsehen bestellt. Ich bin der Techniker, der alles bei Ihnen einrichten soll. Der Anschluss wird am Freitagmorgen freigeschaltet. Könnte ich dann am Nachmittag zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr kommen? Die nötigen Geräte bekommen Sie diese Woche noch zugeschickt. Rufen Sie mich bitte zurück unter 079-6753-814. Danke. Lesen Sie nun die Aufgaben 3 und 4. Sie hören eine Durchsage im Zug. Verehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie auf unserer Fahrt von Berlin nach Basel über Kassel, Göttingen, Frankfurt und Freiburg. Aufgrund einer technischen Störung haben wir zurzeit ca. 15 Minuten Verspätung. Über Ihre Anschlussmöglichkeiten informiere ich Sie rechtzeitig. Außerdem können aufgrund der Störung keine Platzreservierungen angezeigt werden. Ich bitte Sie, die Plätze für Reisende mit Platzreservierungen freizumachen. In unserem Bordrestaurant gibt es wegen der technischen Probleme heute leider nur kalte Getränke und einige Snacks. Ich bitte um Ihr Verständnis. Lesen Sie nun die Aufgaben 5 und 6. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Hallo Lena, hier ist Sascha. Du, ich habe nochmal überlegt wegen des Hochzeitsgeschenks für Thorsten und Sonja. Ich glaube, am besten ist doch Geld für Ihre geplante Reise. Sie wollen auf die Bahamas. Da freuen Sie sich über jeden Euro, hat Thorsten gesagt. Wir, also du, ich, Leo und Karin könnten doch zusammenlegen und noch eine schöne Karte oder lustige Verpackung für das Geld besorgen. Was meinst du? Ruf mich an. Bis dann. Lesen Sie nun die Aufgaben 7 und 8. Sie hören eine Durchsage im Bus. Verehrte Fahrgäste, an Heiligabend und Silvester verkehren unsere Busse bis 18 Uhr nach dem normalen Fahrplan. Danach fahren nur noch die Nachtbusse. Die Abfahrtszeiten entnehmen Sie bitte den Aushängen an den Haltestellen. Beachten Sie auch, dass am 27. und am 28.12. auf allen Linien der Samstagsfahrplan gilt. Die Hanse-Hamburg-Verkehrsbetriebe wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Lesen Sie nun die Aufgaben 9 und 10. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Guten Tag, Herr Berger. Hier spricht Kiefer von der Münchner UM GmbH. Sie haben uns geschrieben, dass Sie gerne Ihre Versicherungen prüfen lassen würden und sich auch über Anlagemöglichkeiten informieren möchten. Wir freuen uns, dass Sie sich an uns wenden und beraten Sie selbstverständlich gerne. Hören Teil 2 Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einer Fortbildung in Ihrer Firma teil. Grüß Gott, sehr verehrte Damen und Herren. Ich bin Leonard Reichert und begrüße Sie ganz herzlich zu unserer zweitägigen Fortbildung. Sie wissen, es geht um die neue Verwaltungssoftware in Ihrer Firma. Natürlich kann ich verstehen, dass Sie sich nicht besonders darüber freuen, sich in ein ganz neues System einarbeiten zu müssen. Aber ich hoffe, Sie werden schnell erkennen, wie einfach das neue Programm zu bedienen ist. Außerdem bietet es alle Funktionen, die Sie brauchen, sodass Sie nicht mehr zwischen verschiedenen Programmen wechseln müssen. Das hat ja hier immer wieder zu Problemen geführt. Heute möchte ich Sie mit den Grundlagen des Programms vertraut machen und Ihnen zeigen, wie Sie E-Mails verschicken können und innerhalb des Firmennetzwerkes mit Kollegen kommunizieren können. Außerdem möchte ich Ihnen Tipps zum Anlegen des Adressbuches geben und Ihnen die Kalenderfunktion vorstellen. Sie sehen, dafür brauchen Sie ab jetzt keine zusätzliche Software mehr. Morgen werden wir uns dann den ganzen Tag mit den Programmfunktionen der einzelnen Sachgebiete beschäftigen. Dazu wäre es hilfreich, wenn Sie sich vorher eine kleine Liste machen könnten mit Dingen, die für Sie besonders wichtig sind. Zunächst möchte ich Ihnen den Aufbau und die verschiedenen Teile der Software vorstellen. Ich möchte mich auf das beschränken, was Sie für die Benutzung wirklich brauchen. Nach dieser Einführung können Sie gerne Fragen dazu stellen. Und dann sind Sie dran. Ich möchte, dass Sie gleich alles mitmachen, vom Start des Programms über die Anmeldung bis hin zu den einzelnen Funktionen. Bitte fragen Sie, wenn etwas nicht klar sein sollte. Natürlich bekommen Sie die wichtigsten Informationen auch noch einmal schriftlich. Keine Sorge, Sie müssen das Programm nach diesem Wochenende nicht perfekt verstehen. Ich werde noch die ganze nächste Woche in der Firma sein, um Ihnen zu helfen und Sie zu beraten. Außerdem werde ich alle Daten aus dem alten System in das neue übertragen. Damit haben Sie nichts zu tun. Bis zur Mittagspause sehen wir uns alles rund um E-Mails, Kurzmitteilungen und Notizen an. Nach der Mittagspause geht es dann weiter mit dem Adressbuch und dem Kalender. Haben Sie im Moment schon Fragen? Nein? Gut, dann fangen wir an. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie sieben Aufgaben. Wählen Sie, sind die Aussagen richtig oder falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sitzen im Wartezimmer Ihres Hausarztes und hören ein Gespräch zwischen zwei wartenden Patienten. Guten Tag, Herr Reinhardt. Mein Gott, das sieht ja schlimm aus. Was ist denn passiert? Ich hatte einen kleinen Unfall. Ich bin auf der Straße ausgerutscht. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Ja, es ist furchtbar glatt. Und viele Leute räumen den Schnee nicht weg. Ich wäre vor ein paar Tagen auch fast hingefallen. Ich war zwar vorsichtig, aber ich konnte das Eis unter dem Schnee nicht sehen. Und da war es passiert. Oh ja, das Eis ist besonders gefährlich. Sie sind auf den Kopf gefallen, oder? Ja, es ging so schnell, dass ich mich nicht abstützen konnte. Aber ich hatte Glück. Es ist keine Gehirnerschütterung. Und ich hatte meine Brille auf. Sie ist zwar kaputt, aber zum Glück ist den Augen nichts passiert. Die Wunde über dem Auge hat furchtbar geblutet. Aber sonst ist nichts. Es sieht halt nicht schön aus. Ich habe es gar nicht so gemerkt. Aber als ich nach Hause kam, hat meine Frau richtig geschrien und mich sofort ins Krankenhaus gefahren. Schlimmer ist die Schulter. Was ist denn mit der Schulter? Ich bin zuerst auf die rechte Schulter gefallen und danach mit dem Kopf aufgeschlagen. Die Schulter ist zwar glücklicherweise nicht gebrochen, aber stark geprellt. Ich kann den Arm nicht bewegen. Dann auch noch der rechte. Wurde die Schulter geröntgt? Ja, aber sie ist wie gesagt nicht gebrochen. Es ist nur lästig, weil ich fast gar nichts alleine machen kann. Meine Frau muss mir beim Anziehen und beim Essen helfen. Ich kann ja nichts schneiden. Naja, immerhin haben Sie jemanden, der Ihnen hilft. Haben Sie denn auch Schmerzen? Es ist schon viel besser geworden. Aber ab und zu tut es schon noch weh. Der Arzt sagt, das wird auch noch zwei bis drei Wochen dauern. Können Sie denn arbeiten gehen? Nein. Diese Woche bin ich noch krankgeschrieben. Nächste Woche versuche ich wieder arbeiten zu gehen. Meine Frau kann mich hinfahren und dann geht es schon irgendwie. Am Computer geht es zur Not auch mit links. Aber ich kann dann sicher den Arm wieder besser bewegen und wenn es weh tut, nehme ich eine Tablette. Naja, Sie sollten schon aufpassen. Mit der Schulter sollte man vorsichtig sein. Sicher, ich muss halt ein bisschen Geduld haben. Warum sind Sie denn hier? Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Blutdruck. Er ist zu hoch. Ich nehme zwar Tabletten, aber so ganz hat Dr. Weingarten es noch nicht im Griff. Oh, da müssen Sie aber auch vorsichtig sein. Dann gute Besserung, Frau Zimmermann. Danke. Ihnen auch, Herr Reinhardt. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie acht Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Der Moderator der Radiosendung Talk am Mittag diskutiert mit der Maklerin Gabriele Lennart und dem Studenten Jens Richter zum Thema Wohnungsnot in den Städten. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Talk am Mittag. Unser Thema heute ist die Wohnungsnot in den Städten. Seit einiger Zeit kann man fast täglich in der Presse lesen, wie schwierig es im Moment ist, in den Städten eine bezahlbare Wohnung zu finden. Die Mieten steigen und steigen. Besonders Studenten und junge Familien leiden unter dieser Situation. Als Gäste habe ich Frau Gabriele Lennart eingeladen, die Wohnungen vermittelt, und den Studenten Johannes Richter, der selbst lange nach einem Zimmer suchen musste. Frau Lennart, Sie sind Maklerin und haben eine ganz besondere Wohnungsvermittlung gegründet. Erzählen Sie doch kurz davon. Ich bin schon seit über 20 Jahren Maklerin und da kenne ich natürlich die Situation auf dem Wohnungsmarkt. Ich denke, die Entwicklung wird zu noch größeren Problemen führen. Leider kann ich keine neuen Wohnungen bauen, aber ich hatte eine Idee, wie man vorhandenen Wohnraum besser nutzen kann. Es gibt nämlich nicht nur viele junge Leute, die verzweifelt eine Wohnung suchen. Es gibt gleichzeitig viele ältere Menschen, die alleine sind und in Wohnungen leben, die zu groß für sie sind. So habe ich angefangen, Studenten und Auszubildenden Zimmer bei älteren Menschen zu vermitteln, die etwas Hilfe im Haushalt brauchen. Herr Richter, Sie gehören zu diesen Studenten, die über Frau Lennart ein Zimmer bekommen haben. Wie lebt es sich in dieser besonderen Form der Wohngemeinschaft? Ich denke, es ist schon eine spezielle Erfahrung. Sicher auch eine wertvolle. Ich wohne jetzt in der Wohnung eines älteren Herrn und das klappt eigentlich sehr gut. Bei meiner ersten Vermieterin bin ich nach drei Monaten wieder ausgezogen. Die Dame wollte, dass ich auch abends mit ihr fernsehe oder Karten spielen und das war dann doch etwas zu viel. So etwas kann natürlich passieren. Obwohl meine Mitarbeiter und ich uns sehr bemühen, herauszufinden, was die älteren Menschen von ihrem jungen Mitbewohner oder ihrer jungen Mitbewohnerin erwarten. Wir sagen auch klar, dass zu den Pflichten der Untermieter nur gehört, einkaufen zu gehen, zu kochen und die Wohnung sauber zu halten. Die jungen Leute sind nicht verpflichtet, ihre Freizeit mit den älteren Herrschaften zu verbringen. Aber ist diese Gefahr nicht sehr groß? Sie haben ja selbst gesagt, dass es alleinstehende Personen sind. Diese wünschen sich doch bestimmt auch den persönlichen Kontakt. Natürlich habe ich einen persönlichen Kontakt zu meinem Vermieter. Wir kochen und essen zusammen, manchmal gehen wir auch spazieren, aber er sieht es genauso praktisch wie ich. Er ist nicht mehr die ganze Zeit alleine und ich habe ein günstiges Zimmer. Jeder hat etwas davon. Aber jeder hat auch sein eigenes Leben. Natürlich gibt es hin und wieder auch Probleme, aber meistens geht es doch überraschend gut. Das liegt auch daran, dass wir nach der Vermittlung weiterhin als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Für mich ist es nicht nur eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ich betrachte es mittlerweile als großes soziales Projekt. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Könnte das nicht ein Modell für die Zukunft werden? Ältere und Jüngere leben wieder gemeinsam. Deutschland muss sich doch dringend mit der Tatsache beschäftigen, dass wir immer älter werden und dass immer mehr Menschen alleine leben. Frau Lennart. Ja, das wünsche ich mir sehr, dass die Politiker endlich aufwachen und anfangen zu handeln. Gerade in den Städten müssen wieder viel mehr Wohnungen gebaut werden, die günstig sind und die sich für verschiedene Formen des Zusammenlebens eignen. Das ist auch meine Meinung. Es ist die Aufgabe der Politik, die Städte als Lebensraum zu erhalten. Sehen Sie sich doch um. Überall werden Einkaufszentren gebaut, die eigentlich immer gleich aussehen. Und schöne Stadtviertel werden zu reinen Luxusgegenden. In Zukunft leben nur noch Reiche in der Stadt. Außerdem sollte man sich doch aussuchen können, wie und wo man wohnt. Wie gesagt, meine jetzige Wohnsituation ist eine schöne Erfahrung. Aber eigentlich würde ich gerne mit meiner Freundin zusammenziehen. Ich würde einfach gerne selbst entscheiden. Ich kann Herrn Richter gut verstehen, möchte aber sagen, dass viele meiner jungen Kunden nach kurzer Zeit von dem Zusammenleben mit einem älteren Menschen begeistert sind. Die Älteren können nämlich manchen guten Ratschlag geben und sind gute Zuhörer, wenn man einmal reden möchte. Und die meisten meiner älteren Kunden sind erstaunt, wie verantwortungsbewusst die Jungen doch sind. Ich weiß, dass es mittlerweile in vielen Städten diese Form der Wohnungsvermittlung gibt. Ich hoffe und glaube, das kann das soziale Klima hier in Deutschland verbessern. Ich möchte nicht missverstanden werden, Frau Lennart. Ich bin durchaus für ein Miteinanderleben. Aber es gehört zu unseren Rechten, über das Wo und Wie frei entscheiden zu können. Auch ich denke, wir sollten wieder lernen, miteinander zu leben. Nicht nur Alte und Junge. Alle, die in diesem Land leben. Liebe Frau Lennart, lieber Herr Richter, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.